ja hallo Leute ich bin Gambianis president heute in Deutschland heute ist Warte Angel Michael muss mir einrufen wir sprachen warum warum Gambianis muss na Gambian zu ruhe okay ja ja hallo ja Angeli ja 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 es bin ja 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 because alles gut no heute nix ist gut bei mir nix ist gar gar nix ist gut Angela Michael warum ist muss ein fragen bitte ein fragen nur ein fragen warum Gambianis heute kann nix laufen heute in alle dort land alle dort land Gambianis kann nix laufen wenn es eins laufen meine meine kollega einrufen meine kollega sagt mir ja suruk na Gambia suruk na Gambia Angel Michael Angel Michael das nix gut warum warum du machst das warum jetzt heute ist bin angst man ist mit dir warum das ja ist verstehen ist verstehen aber you know dies ist nix gut Leute heute Leute brauche helfe weißt du Leute brauche helfe wir sind hier jetzt wir brauche helfe wir brauche schule heute meine 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 deutsche ist bisschen so gut es kann bisschen deutsche Slank sein Slank es kann bisschen bis in tot lani bei du aber wenn du gambianis immer ima kann ich slavien immer suruk gambia you know this is this is this is this is good man this is this good is been in the government president in here this is good du und deine arbeiters is versus nix wau wau and you make it okay is with angst and du muss so we do must versuchen ha du muss so about this is a problem was smooth this is smooth this muscles yes it's been angst for this a problem okay ciao danke soon danke 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 angelic danke 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 okay